Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Episode Baba is You. Jo, ich habe jetzt die letzten drei Folgen schon ins Renderprogramm reingetragen und während ich diese Folge hier jetzt aufnehme, rendere ich quasi Baba is You. Ich glaube, ich mache jetzt quasi nach jeder Episode, rendere ich die nächste Folge. Das heißt, das wird jetzt ziemlich ulkig, aber passt schon. So, wir machen einfach weiter. So, für euch ist es ja eigentlich egal, nur ich dachte, das sei jetzt irgendwie witzig. So, ist das nicht die Titelmusik? Nee, ist es nicht, okay. Oh, Mo? Rock is Mo? Uff. Okay. Okay. Das genügt mir erstmal an Ross. Okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Hoffentlich. Okay, und zwar... Baba is You. Und is Mo. Wie sieht es denn damit aus? Uff. Oh, Rock is Defeat. So kriege ich den Text jetzt einfach schnell da wieder raus. Was ist denn, wenn ich mache Baba is Mo? Kann ich doch hier einfach... Okay, das funktioniert nicht. Okay, was ist denn, wenn ich... ...erst mal wieder Rock zu Push mache. Und dann hier ein bisschen was kaputt mache. Und ein bisschen Platz habe. Und dann, keine Ahnung, nochmal hier. Nicht so viele. So, ist okay. So, ein paar wieder hier weg. So. Brauchen ja nicht alle. So. Das ist okay. Damit kann ich arbeiten. So. So, was ich jetzt eigentlich machen möchte, ist... ...dass... Baba... ...Hand Rock is Push. Ich möchte Baba... ...wenn Baba Push ist... ...und Rock More. Okay, ich habe eine Idee. Ich brauche gar nichts... Ups. Ähm. Ich gehe nochmal zurück, wo ich so weniger... ...wo ich nur einen Rock hatte. Das war ganz gut. ...und zwar... ...den habe ich jetzt ganz hier in die Ecke. So, Rock is More... ...und Baba wird Push sein. Baba is you... ...and... ...Push. So, warten sie. So, und wenn Rock dann More ist... ...und das mache ich mal ein bisschen weiter weg... ...geht das nicht? Also... ...Pusht mich der Rock dann nicht irgendwie dann... ...da irgendwie hoch? Hm. Wie komme ich denn über den... ...das ist, wenn ich Baba is you and more mache... ...geht das nicht? Uff. Doch, das geht. Okay, cool. Alles klar. Wieder zu C. Okay. Kleine Level sind immer noch... ...recht interessant. So. Hä, okay. Hand is all? Okay. Ähm. Okay. Ähm... Star and Hand is stop. Okay. Okay. Das heißt, ich muss... Das heißt, ich muss... Okay. Okay. So. Ich kann doch einfach sagen, Hand ist auf jeden Fall... Warte. Das ist doch... Wenn eine Regel gesetzt ist, dann muss die für immer gelten. Weil wenn ich jetzt einfach... All is empty. So. Jetzt mache ich einfach... All is win. Hä? Das war voll simpel. Okay, ich glaube, dieses All und so, das kann ich gut tun. Sag dir jetzt gleich so ins nächste Rätsel schon wieder komplett kaputt. Okay. Okay, cool. Das ist auf jeden Fall interessant. Jetzt muss ich da halt nur einen Key irgendwie rauskriegen, ne? So, warte. Das kriege ich doch hin. Kurz warten. Bis irgendwie hier so ein Key ist. Äh, wohl. Oh, ich glaube... Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Okay, warte mal. Ey, was... Warum ist dieser Rock eigentlich da? Ich check den Rock nicht. Warte, was ist, wenn ein Rock push ist? Wo ist das Geheimnis da dran? Okay. Das ist das Geheimnis. Ähm... So. Passt. Passt nicht. Doch, passt. Achso, und jetzt Rocks push weg. Very easy. What the fuck? Oh, das wird der Run. Looking for the Heart. Okay. The Snake is win. Flag not on wall is win. What? Okay. Okay. Okay, Rock is move. Das ist immer geil. Love is push. All is love. Oh. Ne. Okay. Machen wir erstmal das... Was wollen wir eigentlich machen? The door is shut. Und was ist open? Ich kann alles... Alles ist open machen. Okay. Rock is... All? Lol. Okay. Das kann man auch nur so für eine Sekunde machen, ne? Ich... Okay. Ich... So. Ein Zack. Rock is push. Love is push. Weil love müsste ja eigentlich... Warte, ich sammle die mal alle an einer Stelle. Ich möchte nur noch einen Bubber haben. So, jetzt müsst ihr eigentlich... Oh, hier ist eine Wall drin. Okay, warte. Love is move. Seht ihr? Da ist die Love. Love... I don't need a... No. No, 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 no. Und love is open. Am liebsten. Okay. Warte, wenn ich... Ich geh nochmal zurück. Bevor ich dieses Rock is all mache... Dann bin ich mal ein ganz cleverer Boy. Und mach Rock is push. Weil alles, was ich dann machen muss, jetzt gleich... Ist dem Ding ein Move zu geben. So. So, ihr sammelt euch wieder in der Ecke. So, love is move. Und jetzt passt mal auf. Ähm. Hm. Ja, warte, 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 warte. So. So kriege ich das raus. Ich bin ganz kurz verwirrt. Aber so passt das. Dann komme ich auf jeden Fall zu Fleck. Zack. So, und jetzt passt mal auf. Zack. So, ihr Hater. Ach, easy. Can we get some Fs in the chat for a little F? Ui. Hey. Baba is hot. Lava is more. Ah, okay. Man muss einfach ein bisschen warten. Hey, wie schaffe ich es denn da unten rechts hinzukommen, rechtzeitig. Hey. Wie schaffe ich es denn da unten rechts hinzukommen, rechtzeitig? Ist das extra? Ist das extra? Ja. Ist das extra? Ah. Hm. Clever. wow okay man muss das mit dem text sichern schwarz weiß okay was ist das hier für shenanigans wo ist denn das win bubble on rock ist können wir das nicht einfach machen machen wir jetzt einfach warum ist das schwarz weiß ich habe nicht mein bildschirm ist schrott das wird alles umbringen oder Natürlich bringt das alles um. All is shut. Ich dachte gerade so irgendwie so All is you und so. All is open, Rock has Baba, Baba has... Warte. Nee. Ähm. Hm. Also wenn Baba is open is... Baba is open. So, machen wir das mal, ne? Moment. Rock is open? Nee, also ich muss ja... hm. Wie mache ich das? Also... Wenn ich... Wir haben mehrere Optionen. Wenn ich All is open mache, wird Baba instant sterben. Ne? Das ist klar. So, aber wenn Baba dann Rock hat und Rock is you, ist alles okay. Kriegen wir aber nicht so easy hin. So, wenn wir... Machen Baba... Is open. Ja, moin. Äh, dann können wir halt... Zumindest eins schon mal... Äh, die können wir schon mal ein... Eine Wand öffnen. Und schlecht, ne? Nee, das geht nicht, weil... All is shut. Das heißt, Baba included. Okay. Was ist denn hier mit sowas? Und dann haben wir das Rock... Hier unten hin. Jetzt müssen wir nur noch machen, Baba is open. Hm. Oh, ich habe es verbunden. Habe ich denn das hinbekommen? Okay, so habe ich es bekommen. So. So. Jetzt sind wir schon mal Rock. Ähm. Ist das nicht wunderschön? Und jetzt sage ich einfach... Rock is a rock. Oh je. Können wir es umgehen? Oh je. Einfach so ein Rock? Hä? Hä? Ja, vermutlich nicht, ne? Hm. Wie können wir das denn hinbekommen, dass da ein Rock heißt Rock da steht? Rock as Rock. Das hätte ich am liebsten gerne. Jetzt können wir halt wieder... Rock is... has... Rock has Baba. Das heißt, darf nicht so weit raus. Was bedenken? Ich bin jetzt zwei. Rock. Yes. Baba. Hm. Was hat mir das jetzt gebracht? Nix. Nicht wirklich, ja. So. Hm. Moment. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich möchte nochmal an die Stelle, wo ich das Rock da unten hinschiebe. Okay, und zwar... Können wir auch sagen, wir schieben, dass Baba ist runter. Das heißt dann, Baba... Has Rock. Baba ist open. Hm. Wir müssen das Wendern wieder hochschieben. Hm. Ich glaube, ich bin auf dem Felschen Fährte. Hm. 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 Was ist denn hier mit so... Rock is you? Hm. 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 Aber er ist Rock. So. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass er da irgendwie steht. Aber er ist open. Hmm. Was ist mit... Wow. Wenn ich das open einfach durch... ...Rock ersetze. Wir sind einfach da mit. Dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen. Sehr schön. Genau das wollte ich. Haha. So. Das ist nämlich jetzt ein Unterschied zu eben, weil ich jetzt wieder ein bisschen mehr Freiheit habe. Weil jetzt kann ich das hier hochschieben. So wie ich es haben wollte. Ich mache mich auf den Weg zum All. Moment, kriege ich das überhaupt hin? Ich glaube nicht. Aber jetzt habe ich halt viel mehr Freiheit hier, damit zu arbeiten. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage... ...Rock has Rock. Und Rock is open. Okay. All is shut. All is rock. Okay. So. So. Moment, vom... Achso. So, Rock has... Rock. So, ich hab auch schon mal das Weak, ne? Das ist schon mal gut. Rock is weak. Rock has weak. Rock is weak. Rock is weak. Rock is weak. Rock is weak. Ich würde am liebsten irgendwie gerne so... Moment. All has Baba. All has Rock. Rock. Und Rock is... Keine Ahnung. Open. Und jetzt zwei. Rock is weak. All has Baba. So, hä? Warum ist denn jetzt einer kaputt gegangen? Achso, weil ich. Okay. Okay. So, jetzt hau ich das mal wieder raus. Und hau das da rein. So. Jetzt hau ich das weg. Und geh da drauf. Und fertig. Okay. Einfacher als gedacht. Äh. Ich bedenke mich ganz herzlich für's Zusehen. Und bis zum nächsten Mal in der Episode. Bis dann. Bye. Bye.